So, heute wieder mal ein Daily Kopfbau mit der Japona Mami Bowl. Den Kopf habe ich auch schon ab und zu mal gezeigt und auch ich immer mit dem Lotus 2 als Aufsatz. Und ich werde mir heute darin den Somo Strong Orange Pur bauen. Wenn man den hier drin baut und nicht allzu fest andrückt, hat man immer eine extrem schöne Kühle. Also da wird dann wirklich fast der Hall sein. Ja, ich lege gleich mal mit dem Kopfball los und zeige euch dann, wie ich das gebaut habe. So, also der Kopf ist fertig gebaut. Wie immer hier aufpassen, dass man den Kopf nicht zu hoch baut, weil sonst gibt es Durchzugprobleme. Hier ist noch ein Hafer meiner Katzerin, perfekt. Und hier kann man auch schauen, dass man diese Lüftungsschlitze hier freiräumt, damit da die Luft durch kann. Dann sollte man keine Probleme mit dem Durchzug haben. Ich werde jetzt wieder den vorgeheizten Lotus drauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon mal zum Fazit. Denn wie vorhin schon gesagt, wenn man den Strong Orange so baut, hat man eine sehr, sehr extrem intensive Kühle. Mag ich so extrem gerne. Wenn Kühle nichts Heures ist, ist das Setup wahrscheinlich nichts für euch. Aber am Anfang gefriert einem wirklich fast der Hall sein. So mag ich das halt beim Strong Orange. Und dazu kommt dann noch die süße Orangennote, die im Mund bleibt. Das ist wirklich einer meiner Lieblings-Setup mit dem Tabak und dem Kopf und dem Lotus 2. So kann ich nur empfehlen, wie gesagt, wenn ihr Kühle mögt, dann probiert das mal aus. Und ja, dann war es das schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauchen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.